ich lese über leicht gemacht die einnahmeüberschussrechnung ein lehrbuch für studium und praxis zweite auflage aus dem ewald von kleist verlag das ist dieses und ich bin angekommen bei fall 104 der verkauf an sich selbst das ganze steht in lektion 21 die einstellung der selbstständigen tätigkeit fall 104 der verkauf an sich selbst so ganz sicher ist sich f noch nicht ob er das unternehmen komplett verkaufen soll er hat ein angebot von einem bekannten dieses unternehmen an eine person gesellschaft zu veräußern an der er selbst zu 50 prozent gesellschafter ist ändert sich da etwas an der betrachtungsweise ja soweit auf der seite des veräußerers und auf der seite des käufers die gleichen personen unternehmer sind handelt es sich um laufenden gewinnen das bedeutet der veräußerungsgewinn beträgt 132.500 euro in klammern fall 102 dann sind davon 66.250 euro in klammern 50 prozent verkaufe an sich selbst als laufender gewinn anzusetzen und für 66.250 euro 50 prozent verkaufe an einen dritten könnte anteilig die vergünstigungen in anspruch genommen werden so das ganze wird von einer grafik illustriert es gibt einen steuerfreien und einen steuer pflichtigen anteil das problem ist es ist nur der halbe verkauf der versteuert wird ganz schönes günstengrafik zwar habe ich noch nicht verstanden die konstruktion hier habe ich auch keine lust mir großartig anzusehen naja es geht weiter mit fall 105 die tarifermäßigung und andere überwaschung und tschüss Vielen Dank.